Sönke und Jelle auf Reisen Offen für alles, was das Leben bringt Neue Plätze, neue Menschen, die uns umbringt Komm und reise mit uns, die Welt erkunden Mit Sönke und Jelle die Herzen entzünden Heini rollt weiter, Sonne fällt im Wind Bis der Mädchen ein neues Abenteuer beginnt Wo oben die Werft ist Ja genau, dass sie von der Werft kommen Aber die haben ja schon Leute drauf Ja genau Haben die das bei der Werft auch? Ja, da sind auch Leute drauf Mindestens der Kapitän Okay Ja, ist schon interessant Ja Wir müssen jetzt frühstücken Ja Damit wir den Berg hoch können, ne? Ja Gut Gondeln? Ja, ich würde sagen, diese Gondeln Da kommen ja die Schiffe rein Das ist eine Gondel? Eine Gondel bammelt doch Nein Das ist doch ein Waggon Ja okay, ein Zugwaggon Eine Gondel baumelt doch Das ist doch eine Gondel Ja, natürlich Sie baumelt auch auf den Schienen Nein, die baumelt überhaupt nicht Sie ist fest Also diese Dieses Schienenfahrzeug Bewegt sich jetzt nach oben Weil oben in der anderen Schienenfahrzeug Ein Fahrzeug Das ist doch gar nicht Die bewegt sich nach drüben Also Ich sag nach drüben Ja Weil ich glaub nicht, dass die von oben Wie eine Wasserrutsche runterlassen Dann fahren sie nach drüben über die Grenze Das ist mir egal Welche Grenze denn? Das weißt du doch nicht Warum sagst du nach drüben? Weil es nicht oben abgelassen wird Auf gar keinen Fall So, also auf jeden Fall Fährt das Fahrzeug Auf das andere Ende Ja, das hört sich gut an Und ist als Ersatz dort oben Für das Fahrzeug Das dann da rein möchte Ersatz wofür? Weil das andere Fahrzeug Jetzt da oben losfährt Zuselben Die sind also beide aneinander Festgebunden Und fahren Das ist ja kein Ersatz Ach du Gott, das ist ja komisch Natürlich Kann ich dir nicht folgen Sonst muss der Zug ja wieder hochfahren Ohne Verkehr Jetzt wird Also Wenn du ein Ersatzrad hast Dann tauscht du das gegen dein Rad Ja Aber das wird doch entgegengesetzt Ja, aber wofür ist es denn da? Für den Fall, dass oben wieder einer kommt Drüben hatten wir uns geeinigt Ja Erstmal hatten wir uns auf drüben geeinigt Und zweitens Ersatz wird ausgetauscht Das wird nicht ausgetauscht Doch, das wird jetzt ausgetauscht Das volle kommt herunter Und das leere fährt nach oben Aber das wird nicht ausgetauscht Dann ist es ausgetauscht Das wird auf einer anderen Schiene Ja, natürlich Aber es wird jetzt ja ausgetauscht Oben für den Parkplatz Und die fahren gegenseitig Ja, aneinander vorbei Okay Das ist Ersatz Für mich ist das kein Ersatz Sondern Im Gegenzug oder so Aber nicht Im Austausch Im Austausch Nee, das Austausch tut es auch nicht Ist ja egal Das fährt auf jeden Fall dahin Das ist der Linienverkehr Der übliche Linienverkehr Der halt eben Schiffe transportiert Aber keine Personen Doch, Personen sind in dem Schiff Das damit transportiert wird Es ist denn jetzt ein Güterzug gleich Ja Ein Güterzug mit Personen Ohne Lokomotive Richtig Wird am Seil gezogen Ja, da hinten gibt es Irgendwo gibt es noch riesige Räder Wo man so Da, guck mal Da siehst du die Räder auf dem Bild Ja, da war ich dort hinten schon einmal Da ist ein Rad Ja, da wird das Seil ja umgeschwungen Von einer Seite auf die andere Rieserad Also riesig ist das nicht, aber Hier wird das Seil Das von oben runter kommt Und ändert die Richtung Für nach oben und nach unten Hier kann das Schiffverkehr sehen Auf welcher Seite es rein und raus muss Mit einer Ampel Das sieht doch kurz aus als ein Schiff Das Seil, das von unten kommt Muss ja auch nach oben Das ist diese Umlenkrolle Von drüben kommt Du sagst erst oben und unten Wenn wir wissen, ob es oben und unten ist Du kannst dir nicht einfach Irgendwelche Sachen behaupten Die nicht stimmen Wir können das gerade in Wikipedia Nicht nachlesen Ja, ja, richtig Ja, aber selbst wenn du nachher Mit deiner Kamera da hochläufst Das sieht alles gerade aus Ich laufe nicht hoch Ich gehe rüber Ja, okay Das gibt es doch nicht Für mich ziehen die die Schiffe hier über den Berg Und nicht oben auf den Berg Ja, okay Ich weiß es nicht Ich war noch nicht da oben Ach, nicht nach drüben Ich möchte hinterher von dir eine Entschuldigung Wenn das so ist, dann kriegst du Aber Da kommt ein Passagierschiff Ping-Wing Mit ganz viel Passagierung Das ist doch nicht wahr Die gucken uns bestimmt genau so an Wie wir die Ja Die können doch nicht hier mit dem Schiff über Land fahren Ja Vielleicht solltest du nicht unser Rührei filmen Macht ja nichts Die sitzen doch beim Frühstückstisch So Das ist jetzt Frühstücksfernsehen Das ist doch schon mal eine Gondel jetzt Ein Güterzug Hier kommt der Kanal von oben heruntergeschwommen Weil man ja unten auch noch Wasser braucht Kommt es hier runter Und fließt dann hier wieder in den unteren Bereich von dem Kanal rein Da drüben Da sieht man uns stehen Da kommen jetzt zwei Fahrzeuge einander vorbei Eins mit Schiff Eins ohne Schiff Aber man kann die Steigung hier nicht erkennen Aber wenn ich mich jetzt so rumdrehe Sieht man doch, dass wir ein klein wenig höher sind Was ist das? Hier werden die Schienenfahrzeuge mit Seilen gezogen Hier an der oberen Stelle befindet sich der Fährmann Der das Gerät immer an- und ausschaltet Dort hinten starten die Urlaubstouren Da können dann die Touristen mitfahren Dann werden sie hier in diese kleinen Gerüste verfrachtet Und werden dann mit Seilzug rüber befördert Dann landet man unten etwas tiefer Und fährt im Kanal weiter Und später kommt man hier auch wieder zurück Könnt auch nur Eis haben Bitte angetrieben? Mit Wasserkraft Die brauchen dafür gar keinen Strom Nein Da hinten befindet sich ja der Fährmann Der sieht die Schiffe in beide Richtungen Und die machen den Ping, wenn sie fertig angeschlossen sind Also fertig gebunden, angebunden haben So, dann macht der Fährmann Mit einem Seilzug öffnet er eine Schleuse In eine bestimmte Richtung So dass die Walze in Bewegung kommt Und dann wird da das Seilwerk in Bewegung gebracht Hier vorne, dieses grüne Fass Das ist der Zulauf für das Schleusenwerk Für die Mühle, sag ich mal so Das ist so eine Art Mühle, Wassermühle Das hast du denen jetzt auch gerade erklärt? Nein Das ziehe ich dir jetzt Achso Also da hinten ist diese Wassermühle, die angetrieben wird Und dann sieht man unten im unteren Bereich ja diesen Fluss herauslaufen Das ist das Wasser, das dann von dort wieder unten rausläuft Leck mal dann eins ohne die Wespe Achso, ja, okay Ja, przepraszam, Pana, orientiert sich hier, wo sie wsiada? Hier oder dort? Ähm, Deutsch, ähm, kein Russisch Polnisch war das Hier kommt das Schiff von unten rauf Wird wieder ins Wasser gesetzt Und läuft ganz normal auf seinem Kanalweg weiter Das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nun ist das Schiff oben und die Mühle hat aufgehört zu drehen und die Schiffe fahren jetzt alle nach oben, nicht? Das ist doch da runtergekommen ein Stück Ein Stück, okay Wir haben beide recht Ja Ich gebe dir mal recht Ja, ein bisschen haben wir beide recht Das ist ja nicht oben auf dem Berg ins Wasser gegangen Es ist ja wieder runtergefahren Ein Stückchen Okay Es ist hier ein Stückchen höher als da unten Ein ganzes Stückchen Aber Also ich würde sagen Höhenunterschied 50 Meter Aber es ist nur geschätzt von mir Steht man hier einfach so nichts an Und dann kommt da ein Zug vorbei Aber ganz langsam Und dann muss man natürlich auch auf das andere Gleisbett gucken Da kommt das Boot mit vorbei Und dann kommt das Boot mit vorbei Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, stehen wir hier. Hier kommen die ganze Zeit die Schippel vorbei. Fast ohne Motorgeräusch. Die Schiffe werden hier auf einem Fahrzeug gezogen. Von einer Kanalseite auf die andere Kanalseite. Man kann hier eine Tour starten. Für 90 Slottis. Und dann dauert die ungefähr zweieinhalb Stunden. Ja, kannst du mir jetzt sagen, wo die Schiffe hinfahren? Das ist wahr. Über den Berg. Richtig, richtig. Warum müssen sie über den Berg? Damit das Wasser nicht aus dem Kanal läuft, der oben ist. Aber ist schon interessant. Ich habe keinen schönen Ort rausgesucht für dich. Ja, muss ich sagen. Ich glaube, ich könnte hier stundenlang sitzen. Wie am Nordostseekanal. Ja, genau. Und dann fährst du damit. Auf dem Schiff ist Rauchverbot wahrscheinlich. Warum? Weil er auf dem Gerüst raucht. Er wird ja wohl der Mann sein, der oben die Glocke gerade geschlagen hat. Dann wird er ja wohl jetzt nicht ins Schiff gehen und da zu rauchen. Also das ist ja auch der Bremser denn. Er muss ja wissen, dass wenn die Seile reißen, dass er da oben die Möglichkeit hat, das Fahrzeug zu bremsen. Am roten Hebel? Ja, genau. Dann kurbelt er da schnell mal dran und sagt dann, oh, nicht, dass er zu schnell ins Wasser fällt. Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass das reißt. Ja, ja. Es ist so unwahrscheinlich, wie hier an dieser Stelle gerade ein Hubschrauber abstürzt. Richtig. Ja. Und das Knacken, was du hörst, das sind die Räder, die auf den Schienen rutschen. Die durchrutschen? Ja, also sie laufen irgendwie ein klein wenig schräge nach innen rein, die Räder, das Laufwerk. Ach so. Und irgendwann sind die so weit nach innen reingedrückt, dass die Kraft wieder nach außen drückt. Und dann hörst du sie rüberknacken. Also sie springen zur Seite rüber. Das ist keine Unwucht oder sonst irgendwas drin. Ich habe das vorhin gesehen, wie diese Räder zur Seite hüpften. Und dann fahren sie hier den ganzen Tag berghoch und bergrunter. Schöner Ort. Oder nicht? Ja. Ein schöner Ort. Ziemlich ruhig. Ja. Wenig Verkehr. Aber Schiffsverkehr ist hier noch nicht. Und man hat hier freie Platzwahl. Ja, darfst du dich hinstellen, wie du möchtest. Ja. Ist ja auch selten, ne? Ja. Und was wir einfach hier in Polen gemacht haben ist, unser Hund trägt weder Halsband noch Leine und das gefällt ihm so. Ja gut. Denn. Packen wir ein. Packen wir ein. Machen uns auf den Weg zum nächsten Ort. Zum nächsten Ort. Das ist gut. Ich such dir was Schönes raus. Wenn mein Internet wieder geht. Ja. Hier ist kein Internet. Ja. Falls ihr euch wundert, dass mal ein Sonntag kein Video von mir kam. Haben wir hier gestartet. Wir waren hier und ich konnte nichts machen. Hab zu Hause vergessen, dass zu starten hochgeladen ist alles. Ich kann nicht starten. Tut mir leid. Mir tut mir, ja. Was heißt, tut mir leid. Kommt mal vor. So ist das Leben, ne? Ja, deswegen ist das ja nicht verschwunden. Das ist ja auch für uns gesammelt, archiviert. Das ist für euch auch mal gut. Habt ihr mal eine Pause von uns. Abgelegt und am silbernen Knopf. Echt? Ich glaube, ich muss noch 147 E-Mails checken oder so. Au. Kam ja hier auch nicht an. Kannst du ja während der Fahrt machen. Wenn wir wieder Internets haben. Ja. Das kann ich nicht, weil dann die Tussi die ganze Zeit mit dir spricht. Ja, okay. Kannst du nicht beides gleichzeitig. Nee. Das macht mich verrückt. Dass sie während deiner... Also, ja. Erstmal, wenn ich alles checke, sappelt sie erstmal dazwischen. Währenddessen muss ich noch aufpassen, dass du auf sie hörst. Ja. Dann passe ich lieber auf, was sie sagt und sage dir, wo du lang musst. Ja, richtig. Im Notfall sagst du auch andersrum, wie die Dame im... Eher, weil ich ja sehe, dass es andersrum angemalt ist, als sie sagt. Mhm. Sie weiß das ja auch nicht immer alles so. Vielleicht ist das ja nur verkehrt übersetzt worden. Sie hat zu dir gesagt, Straßensperrung voraus. Ja, genau. Ging ja doch weiter. Ja. War blöd. Haben wir uns nicht von irritieren lassen. Und wir sind einfach weitergefahren. Ja. Ja. So. Dann werde ich mal zusammenpacken, damit du mir nicht alles wieder durcheinander wirbelst. Ja, genau. Du machst drinnen, ich mach draußen. Auf geht's. Ja, geteiltes Leid, das halbes Leid oder so, ne? Überall schöne Grillhütten. Ja. Also, das muss man schon sagen, ne? Die Feuerstelle, das ist schon schön gemacht, ne? Ja. Die, wo man sich jetzt hier oben hinstellt. Strom gibt es hier anscheinend überall auf den Plätzen. So ein bisschen. Man müsste vielleicht ein bisschen mehr Kabel haben, weil man ein bisschen weiter wegstehen möchte. Schön alles so eingetäunt hier. Das ist eigentlich sehr gut gemacht. Ist das jetzt ein Kreisverkehr, dass du so rum musst? Ja, würde ich sagen. Ich fahr jetzt auch da rum, damit der, der mir entgegenkommt, auch Platz hat. Und es nicht mehr so. Genau verstanden haben wir das nicht, aber war das derselbe Mann, der das Teil passiert hat, der hier oben gewohnt hat oder gestern Abend hier war? Genau. Okay, also ist der Platzwart hier oben. Ansonsten einfach auf den Platz fahren. Er kommt abends vorbei. Oder hier, morgens. Genau, er kommt morgens vorbei und passiert. Wenn ihr den hier nicht antreffen solltet. Du kannst ja nochmal an diesem Schild hier kurz, dass ich das nochmal... Könnte drauf sein, müsst ihr polnisch lernen. Auf jeden Fall habe ich verstanden, dass man hier nur 10 kmh fahren darf. Steht ganz unten. Und von 23 bis 6 Uhr ist es Gute Nachtruhe. Cool. Wir wollen durch die Welt, im Wohnmobil, da finden wir das große Abenteuerfeld. Mit Lagerfeuer, Grill und Spaß, die Freiheit, unser Ziel. Hey, wir sind die Camper im Wohnmobil, das ist unser Stil. Die Vögel singen laut, mit Kaffee in der Hand, die Straße, die uns auf uns baut. Vom Meer bis in die Berge, quer durch Stadt und Land, der Wind im Haar, das Herz so frei, die Freiheit ist erkannt. Die Vögel singen laut, mit Kaffee in der Hand, der Wind im Haar, das Herz so frei, die Freiheit ist erkannt. Die Vögel singen laut, mit Kaffee in der Hand, der Wind im Haar, das Herz so frei, die Freiheit ist erkannt.